Und es ist natürlich ein Mittwoch. An diesem Mittwoch gibt es viel elektronische Musik, wie die letzten Wochen nicht unbedingt immer. Aber jetzt geht es wieder richtig los in die Folgen. Wir starten quasi das Jahr 2002 ein bisschen spätiger im Sound an der Mittwoch mit genau dem, was wegkommt. Und natürlich gleich vorneweg, ja, wir sind jetzt fast, nee, nicht fast, wir sind so ziemlich genau in diesem Monat auf jeden Fall. Zwei Jahre lang mittwochs am Start mit elektronischer Musik oder den Anfang dieser heutigen Sendung macht La La Land von Green Velvet. Herzlich willkommen. Es gibt übrigens eine ganze Menge in dieser Sendung. Wir haben nachher den Jonas von Kissogram am Start. Woody ist auch hier. Die werden ein bisschen was erzählen zu ihrem aktuellen, ja, ist ja mittlerweile nicht mehr nur Clubhit zu ihrem großen Lied. Sie sind da. Wir werden die ein oder andere Neuerung präsentieren und natürlich ganz, ganz viel Musik. Ich habe nichts mitgebracht, was ich vorher schon mal gehört habe. Viel Spaß. Musik. 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 Ich denke, das kennt jeder so, irgendwann ist man mal so richtig Lala und dann geht es ab ins Lala lang. Green Velvet heißt das Ding, ist auf Superstar-Records jetzt. Mittlerweile auch, glaube ich, käuflich zu erwerben. Ja, schickes Paket. Dave Clark hat Gremix, Thomas Krohn, ich glaube, von dem hören wir gerade den Mix. Dann gibt es noch den Chino vs. Filterhead-Mix und so ein Extended. Das will doch was heißen, oder? Hallo und jetzt kommt wieder die Soundgarde mit dem gewöldigen Paul von Tück. So ist es. Hey! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn man derzeit in New York ausgeht, dann hört man das Ding mit Sicherheit oft. Junior Vasquez Remix von Shannon's Let the Music Play. Ganz weit vorne, ganz oft dabei. Wir haben noch was exklusives Remix technisch am Start. Und zwar Matthias Schaffhäuser featuring Rob Taylor, Hey Little Girl, die Nummer von Eishouse. Das kennen wir schon. Was wir nicht kennen, sind die Remixe von MOVE. This is the UK Limited Edition. Was wir nicht kennen? Das haben wir schon. Was wir nicht kennen? Das ist die Übung. Das ist die Übung. Damit also bekommen wir einen neuenaden Passage an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wer Timo Maas in Berlin hören will, der kann sich schon mal freuen und zwar im April bei einer Wendetnacht wird er zu Gast sein Auch ganz neu, Berliner Jungs und zwar von euch im letzten Jahr gekürt zu den Echo Nachwuchsgewinnern des letzten Jahres Die haben auch was Neues gemacht, die haben auch was Neues gemacht, die sind am Start hier bei uns Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ja wieder mal ein Klassiker, das ist eine brandneue Platte, muss ich dazu sagen Das Schöne an der Sache ist, wir haben ja da einige von hier rumfliegen, die ich eigentlich auch verlosen wollte, was ich dann natürlich in diesem Moment, jetzt geht sie weiter Gut, also vielleicht probieren wir doch jetzt einfach mal, wir haben ja hier noch eine, die legen wir jetzt mal einfach direkt auf die andere Seite auch auf und spielen die Und die funktioniert, also wir verlosen die jetzt, die kaputten hier nicht, weil scheinbar geht ja irgendwas nicht In jedem Fall Lexi und Kipol Ist auch was Oder? Ich werde euch als kणern später noch nicht Jetzt muhten, erst mal schoende Musik Weil dich neig, jetzt scheinen Olá ein paar Süperutsch 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 Don't waste my time, that's fuck Show me yours, I'll show you mine Show me yours, I'll show you mine I don't wanna kiss goodnight I want you to come up to my room I'm having too much fun Don't want it to end me soon Why don't you stay? Let's play Can't think of a better way to end the day Let's fuck Read my mind, don't waste my time Let's fuck Show me yours, I'll show you mine Let's fuck Read my mind, don't waste my time Let's fuck Show me yours, I'll show you mine Let's fuck Let's fuck Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sehe ja immer, wenn ihr hier anruft, wie die willen, das mit dem Verlosen, Jungs. Ich hatte doch vor, es zu tun. Da doch aber diese eine Platte gesprungen ist, kann ich doch jetzt nicht die alle verlosen. Ich weiß auch nicht, ob die vielleicht kaputt ist. Jetzt müssen wir erstmal checken. Also die verlosen wir nicht, aber das macht nichts, weil wir haben nachher natürlich unter den bekannten Telefonnummern noch für drei verschiedene Veranstaltungen. Drei verschiedene Veranstaltungen, dreimal zwei Freikarten. Das heißt, alles in allem sind wir heute bei... Das ist was, ja? Das ist was, ja. Das ist was, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Wir werden das ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Desz ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 And then you say... Sigh... No, no, so... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020